Und damit Cheers, mein Name ist Pynex und viel Spaß bei unseren ersten Erfahrungen in 4Wand. Habe ich irgendwo Ausrüstung oder habe ich alles dabei? Halt was? Geh nicht so weit weg. Bleib hier. Was hast du gesagt? Ach das ist alles hier oder was? Soll ich eine Taschenlampe mit? Ach ihr habt schon Dinge? Ja unsere Ausrüstung Nick. Ah auspacken, ah. Ja ich wusste nicht, dass ich meinen Rucksack erst noch auspacken muss. Was habe ich denn hier überhaupt? Kann ich alles mitnehmen? Oder wie läuft das hier? Warte mal was habe ich hier eine Fackel oder was? Ah ja ja ok was habe ich denn hier? Was ist das? Was genau ist das hier für ein Ding? Gucken sie Sir. Das ist die Spirit Box aus Fafsmo. Aha, aha, aha. Ich brauche wahrscheinlich ein Feuerzeug für meine Fackel. Fotoapparat. Sollten wir uns nicht absprechen, wer was mitnimmt? Warum hat Nick schon seine Fackel an? Von der Teorie hier sollten wir das tun. Weil ich es kann. Ah ok, gut. Ich nehme meine Kamera mit. Und ein Kompass. Ok. Wir holen uns jetzt erstmal die Aufgaben. Ja du bist ja auch unser IT Spezialist hier. Sonst machst du Kaugummi-Automaten. Ich tue so... Oh wir sind in... Ja ok. Ist es nicht über... Überraschend, dass wir in Afrika sind oder? Wir sind in Afrika? Warum ist ganz Afrika markiert? Wir brauchen halt... Wir sind genau da. Hä? Ganz Afrika haben wir. Wir müssen jetzt ganz Afrika durch Forsten. Ist doch Afrika. Ja, safe. Ok, wer nimmt das mit? Also... Ich habe einen Kompass und ein Fotoapparat. Ist das hier... Ist das hier so, dass man die... Die Taschenlampe muss man separat anmachen? Kann man nicht gleichzeitig anhaben oder? Ja. Ach man hat eine Kopflampe. Du kannst F drücken. Ja, aber ok, das ist nur so eine funzlige Kopflampe, oder? Ja, die Kopflampe ist ja echt erbärmlich. Also die Kopflampe ist ja echt erbärmlich. Wir hätten vielleicht unsere T-Shirts irgendwie farbig abstimmen können, wenn man weiß wer wer ist. Ja, beim nächsten Einsatz. Ein paar werden wahrscheinlich sowieso sterben. Ok, überhaupt nicht laut. Einen Moment bitte. Ja, man kann das Spiel gar nicht leise machen jetzt. Es ist, wo es ist. Alter, das ist laut. Holy. Ja, das... Echöl! Hier ist ein Schalter. Meint ihr, der ist wichtig? Wir drücken ihn einfach mal. Was macht ihr... Was macht ihr? Morse-Zeichen, oder das? Kommen wir an, das benutzen, das Walkie-Talkie-Teil. Kurzer Weißkrieg! Warte, davon können wir glaube ich ein Bild machen. Was genau passiert hier? Ein Foto gemacht von dem guten Mann. Ok. Mit Gift besprühen. Ich glaube, das war der falsche Weg. Weg hier, oder? Ha, dich selber! Boah, das ist auch Gift. Ah, das ist auch Gift. Also ist das hier der Weg. Ja. Okay, hier ist radioaktiv in irgendeinem Raum. Die wollten zurück mit ihren Hazmatutes kommen. Warum ist da eine Schlange gewesen? Da war eine Schlange... Okay, teilen wir uns auf. Jeder einen eigenen Gang. Let's go! Hier ist der Mumia! Nein, bitte nicht! Hier ist der Mumia größer! Ja, die muss man von hinten auf einmal anzünden. Der arme Mann! Was? Kann die anzünden? Okay. Ein Radio war eingebaut hier in dem Sarkophag. Was war das denn jetzt gerade? Ist ja gar nicht so schlimm, wie alle gesagt. Er hat geredet! Komm, redet einer! Schnauze! Ich hab gesagt, wer are you? Er hat geredet! Folge dem jungen Mann hier! Oha! Pallen! Oh, hallo Sir! Was hat denn hier? Hier schwebt was! Wir haben mitgelaufen! Wer weiß was das ist! Hier ist Geld! Mein Geld! Das ist eh alles geschert! Überrufe deine Ziele, ey! Hier ist ein Nebel oder so! Das hilft draufhauen auf Nebel, okay! Weiß ich nicht! Ich hab's einfach gemacht! Ein Taschenlampe geht immer wieder aus hier! Wo sind eigentlich die anderen beiden? Mit Leertaste könnte man reden! Ach, die werden schon überleben! Mit dir hab ich den, äh... Mutigsten aller... Da hinten ist irgendein Nebel! Mit dir hab ich den mutigsten aller Wanderer auf meiner Seite! Der Nebel waren anscheinend Spinnenweben! Na guck mal, jetzt haben wir doch schon mal schön den Gang hier erhält! Das gefällt mir! So viel Dart! Was war das? Ich war's nicht, ich schwör! Hier die... Die Vase ist zerbrochen! Hier die Vase ist zerbrochen! Das da! Das ist ein Hinweis, ne? Ja, dann ist ja gut! Okay, lass mal zu! Ist ja riesig hier, ey! Das ist nur ne mittlere Karte! Ah, das ist ja easy! Okay, hier ist wieder was kaputtgegangen! Oh! Oh mein Gott! Oh nein! Oh, oh! Oh, oh! Auf einmal schickte der neben dir! Nimmst du mehr als hier! eingelosen Wetter? Was passiert? Ha, ha Ja, sagen wir mal so, da stand ein riesen Krokodil auf einmal neben Danny. Nein, er lebt noch, aber innerlich ist er wahrscheinlich tot, ja. Wollen wir da wieder hin, Danny, oder? Oh mein Gott, ey. Also als Hinweise würde ich sagen, haben wir unter anderem das Zerstören von Objekten. Yes, das schreibe ich so. Ähm... Habt ihr noch irgendwelche Hinweise? Äh, ich glaube nicht. Ja, doch, er macht das nicht an und aus. Also meine Fackel ist ab und zu mal ausgegangen, aber man hat das Pusten nicht hören. Und Footsteps. Bist du sicher mit Footsteps? Ja, hab ich glaube ich gerade sehr laut gehört bei mir. Ja. Was ist denn, Sachen kaputt machen? Alles Structions. Ja, und das riesen Krokodil. Ja, da kommt der, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Okay, ist weg. Ja, doch mit den Sachen, die wir jetzt haben, wissen wir ja schon, wer es ist. Ist das so? Ja, dann können wir doch gehen. Das ist ja Rathos. Also, wenn wir jetzt alles tatsächlich richtig eingetragen und wir stanken, ist es Rathos. Denny, wollen wir nicht zurück, willst du jetzt wieder da hin? Okay, wir haben die Tür schon gefunden, sollen wir es gleich testen? Ja, warte, wir kommen. Ja, mach mal. Footsteps, Destruction und Extinguished Flames, oder nicht? Ja, genau. Okay. Aber zählt denn Taschenlampe ausmachen? Ah, ne, der hat auch Fackeln ausgemacht, ja, schon gut. Ja. Ja, aber war das jetzt gerade nicht auch, dass der gequatscht hat dadurch? Puh, was war das denn? Was war das denn? Alter! Das ist, Entschuldigung. Ist das gar nicht auch gequatscht? Ich hatte auf meinem Handy noch ASMR-Streamern. Ich weiß nicht, weil ich Quatsch starte. Hat der das vermuten? Oder ist der Typ das? Ne, das, das war aber gut. Ja, wo ist denn jetzt die Tür? Sollen wir zur Tür gehen oder so? Ja, lass mal gehen. Wir probieren einfach aus, wenn es falsch ist, naja. Hä, kamen wir nicht gerade von hier? Nein, wir waren woanders. So, Rathaus und go. Ja, perfekt. Easy. Profis einfach. Ja. So, nimmt das Relikt. Ich hab's. Schnell weg. Okay. Ach nee, wir müssen jetzt das Ding noch finden, ne? Wir brauchen jetzt einen blauen Schalter. Spinnen! What the fuck? Okay, tun wir den Schalter aufgeben. Hinter dir ist ein Spinner. Ich glaub ich spinne. Wir brauchen jetzt auch den blauen Schalter, sonst kommen wir nicht mehr raus. Was? Ja, 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 ja. Ähm. Ja, cool. Ja, cool. Könnte das sein. Wir hatten noch viele Gänge da hinten, ne? So ein Fallenraum vielleicht nochmal. Was ist eigentlich mit dem scheiß Radio? Ach, das ist der Dude! Scheiße! Das ist er nicht, oder? Doch! Der sah aber gerade noch anders aus. Der war doch vorhin... Ich bin ziemlich sicher, das ist der Dude! Lauf einfach, lauf einfach! Der war doch vorhin... Der war doch vorhin Krokodil, oder nicht? Ne Spinne! Au! Scheiße! Ich bin ziemlich sicher, das war der Dude! Alter, der ist nicht geschlaupt durch ne Fackel! Hi! Na ihr? Oh Gott! Ähm... Ja! Aber da müssen wir nochmal hin, da schaute du gut aus! Kann man die Spinne töten? Äh... Ich glaube nicht, nein. Mit einer Schrotflinte, oder so? Ey, der macht an da meine Fackel aus, das gibt es so. Alex, ich geh da nochmal in die Richtung, da schaute du ganz gut aus! Wollen wir da alle hingehen, oder was? Ich führ euch einfach hinterher, Alter! Okay, komm mit! Okay, komm mit! Kleine Spinnen die überall rumkreuchen, ne? Da hin ist er, oder? Okay, komm! Nick, der war da wieder in der Nähe! Da ist nichts hinter dir! Der war da! Ach, der hat mich angebrüllt! Gott, was war das denn, ne? Hier haben wir den das erste Mal vorhin gesehen irgendwo, ne? Hier durch noch! Aber... Aber... Aber war der vorher nicht so ein Krokodil-mäßig? Nee, das ist der... Dieses... 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 Anubis-Spratzen für den... Hier sagt... Der... Okay, jetzt dann raus. Gut, dass das hier ne... Geradeaus. Einfach geradeaus. Und dann glaube ich links... Den... 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 Gang ganz durch. Boah, Zeit! Der nächste hat falsch abgewogen. Naja... Ab jetzt... Ab jetzt jeder für sich. Oh nein! Naja... Das Radio! Escape Radio! Lauf doch euer Leben! Das Radio ist voll die gute... Äh... Investition gewesen! Ah! Wir haben nur das eine Bild nicht gemacht, Obwohl ich das eine Bild gemacht hab. Danny, kannst du noch runtergehen... Foto machen? Du kannst ja mal... Dig mal... Koksacken, Alter! Pimax hat auf die Fresse gekriegt... Anscheinend einmal. Ja... Ich bin einmal in die Falle gelaufen... Erzählte uns selber. Ja, macht doch einer... Einmal ein Foto? Nee, ne? Anscheinend nicht. Hab ich. Jetzt ist meine Kamera leer. Hups! Ja, warte... Äh... Jetzt ist leider meine Kamera leer. Oh... Schade... Wir können fahren. Ja, schade... Wohl fahren. Tschüss! Hm... Hahaha... Junge, 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 Junge... Ja, ich hoffe, 4Wand bei mir hat dir gefallen. Lass mich doch wissen, wenn du noch mehr Folgen haben willst. Und ich denke, demnächst wird auch bestimmt nochmal was zu Phasmo oder anderen Horrorgames kommen. In diesem Sinne... Bis dahin und ciao! Tschüss! 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 Tschüss!